Hallo und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ich bin E-Beamster Lauri, mit einer Mischung aus Dennis, mit einer Mischung aus Dennis und einem JR04 von Yorgi Fireworks. Hier sieht man schon die Farben. Wie viel haben wir denn hier, NEM? NEM hier 54 Gramm, das ist ziemlich viel. Ist ja fast so wie die Starbrink gerade. Kann man ja mal sagen, dass wir es gerade auf einmal drehen. Nein, was kann man nicht sagen. Was haben wir denn gefahren? Also wir haben logischerweise zweimal grün. Echt? Da packe ich schon mal die erste hier rein. Guck mal wie viel NEM die haben. Kannst ja mal gucken, steht hier nicht drauf. Neun Gramm. Die anderen wahrscheinlich alle auch, oder? Genau. Alle zweimal drin. Du kannst ja auch ein paar zünden. Es gibt ja immer zwei, du machst immer die zweite von der Farbe. Also jetzt erstmal hier grün. Das war ja schon irgendwie so ein bisschen golden. War schon ganz nice, ne? Auf einmal geht der Brenner wieder, ich verstehe. Also echt lauter Schei, muss man schon sagen. Ich mach dir die rein. Schon der Aufstieg ist irgendwie geil, oder? Ja, also die lohnen sich echt. Für 2,50 bis 3 Euro, oder was die mittlerweile kosten. Ich glaube 3 Euro, ne mittlerweile. 3 Euro. Ah, nicht schlecht. Die fliegen nicht ganz so hoch. Aber wir sind echt ganz nice, finde ich. Ja, mach mal so. Ich hoffe, das geht gut. Ja, aber das war doch ganz nett, oder? Ja. Aber die anderen zwei machen wir nochmal. Klassisch. 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 Ja, ja, so halb klassisch. Jetzt gibt's hier. Blau seht ihr ja selber. Hey lol. Ah, die war sehr schön. Vor allem, so viel so ein Thema klassisch, ne? Hier fehlt übrigens die Blau Kappe. Danke dafür. Ist gerade irgendwie abgegangen, ne? Spaß, hab ich hier. Ach, ist abgefallen. Nein, ich mach hier extra. Aua! Danke dafür. Joa. Also für den Preis, schönes Set, oder? So, mal gucken, wo die Stäfe landen. Also für den Preis auf jeden Fall ein schönes kleines Set. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Also auf jeden Fall Kaufempfehlung, würde ich sagen, für den Preis, oder? Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.